Hallo und herzlich willkommen zum Ariel Hoop Tutorial hier bei Grace Sports Augsburg mit mir Nadine Rebel. Heute geht es um eine Variation aus der Familie der Amazons und ich zeige sie euch erst mal. Wie kommen wir rein? Wieder aus dem Sitzen, wir finden uns gemeinsam oben im Sitz, können hier wieder schön die Haltung justieren, Bauchnabel nach innen, Brustbein nach vorne, Popo nach hinten, alles ist fest und wir gehen von dort aus in den Stag-Sit. Die Beine zeigen auf eine Seite, der Oberkörper lehnt sich schon etwas zur anderen Seite. Wir rutschen mit den Knien raus, gehen aber nicht mittig, sondern bleiben seitlich und gehen mit dem Oberkörper nach vorne Richtung Beine. Der Hoop ist hier am Nacken, Schulter-Nacken-Bereich und auch dieser Arm, der jetzt oben ist, der kommt in den Ellenbogen. Jetzt strecke ich die Beine, lasse den Po schon etwas mehr sinken und merke, wie es langsam zieht und kann den Griff an der Ellenbeuge überprüfen. Meinen unteren Arm brauche ich definitiv, sonst dreht es mich raus. Das heißt, ich stütze den unteren Arm, löse beide Beine, ziehe sie an, lehne mich ein bisschen in die Richtung meines Bauches. Zum Lösen, die Beine strecken, den Arm nach oben und langsam nach unten kommen. Alternativ natürlich auch wieder nach oben. Elbow Hang Amazon Tuck, so heißt die Figur richtig. Dann geht's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.